Here we go! Herzlich willkommen ihr Lieben zu einer brandneuen Markenrebell-Podcast-Folge. Mein Name ist Norman Müller und wir haben heute wieder eine Q&A-Folge mit einer Frage von Andreas. Spannende Frage, große Frage, große Frage. Andreas kenne ich schon etwas länger, aber dazu später mehr. Hier nochmal mein Aufruf. Gestaltet dieses Format, diese Q&A-Folgen gerne mit, indem ihr mir eure Voice-Message per WhatsApp schickt. Wie das funktioniert? Total einfach. Markenrebell.de eingeben, rechts unten auf diesen WhatsApp-Button, auf diesen grünen WhatsApp-Button klicken. Dann kommt er direkt bei mir in WhatsApp raus. Dann tief einatmen, den ganzen Mut zusammennehmen und mir eure Frage schicken. Also total einfach. Ich antworte natürlich. Entweder gibt es eine Voice-Message oder einfach einen Text, weil ich das einfach mega finde, von euch zu hören, wer ihr seid, wie lange ihr vielleicht schon den Podcast hört. Also erzählt ruhig gern auch ein bisschen was über euch. Und ja, dann seid ihr hier, wie alle anderen, die ihr bisher gehört habt, hier in der Show. Jetzt zu Andreas' Frage. Wir spielen die kurz ein, dann gibt es eine kurze Unterbrechung und dann bin ich wieder zurück und beantworte die Frage von Andreas. Bis gleich. Servus, lieber Norman. Andreas Gehmeyer ist mein Name von lernenderzukunft.com und ich habe eine Anfrage wegen meiner Personal Brand, könnte ich sagen. Also, es geht darum, dass ich jetzt zum Beispiel ein Kreativer bin, der auch sehr humorvoll unterwegs ist und die Frage ist jetzt für mich tatsächlich, wie kriege ich das online transportiert? Mit welchen Farben, welchen Schriftarten, wie sollen denn meine Fotos ausschauen? Was sollen denn mein Gegenüber von mir präsentiert kriegen, damit das auch so ankommt? Denn das ist für mich immer noch eine große Herausforderung, diesen Zwischenraum zwischen Wissenschaftlichkeit, die von meiner Seite kommt und auf der anderen Seite aber absoluter Lebensfreude und die Ausrichtung auf Glück und auf Kreativität hinzukriegen. Herzlichen Dank, mein Lieber. Der Markenrebell-Podcast Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Müller Die Frage von Andreas ist natürlich echt ein kniffliges Ding. Also das ist fast so eine Live-Intervention ohne Live für dich, Andreas. Sei gegrüßt an dieser Stelle. Wir haben schon ganz viel miteinander gesprochen und ich kenne Andreas jetzt schon eine ganze Weile und verfolge natürlich auch das, was er online macht. Er selbst hat mit Vera F. Birkenbiel tatsächlich zusammengearbeitet. Also er ist auch nicht nur ein kreativer Kopf, sondern er ist eigentlich für mich so der Forscher, wenn es darum geht, wirklich gehirngerecht zu lernen, also Wissen aufzunehmen und vor allen Dingen diese ganzen Mechanismen zu verstehen. Also schaut gerne auf seiner Website www.lernenderzukunft.com nach. Ich packe das auch nochmal in die Shownotes, seinen Link. Also wirklich unfassbar viel Content auf der Seite. Was mich natürlich sofort triggert, als er die Frage gestellt hat, war dieses ganze Thema, wenn du in so einem kreativen Tunnel bist, und das geht uns allen so, mir auch natürlich, dann bist du quasi gefangen in dieser Betriebsblindheit. Gefangen in dieser Betriebsblindheit bedeutet, wir sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Wir verstehen einfach nicht, wo wir anfangen sollen. Das ist irgendwie so ein ewig langer Tunnel, du siehst kein Licht, weißt nicht, wo bist du reingekommen, wo musst du wieder raus. Und deswegen ist die Frage super wichtig und sehr interessant für jeden von uns, der gerade sich so in sein Unternehmen, in sein Produkt, in seine Dienstleistung verliebt hat und da vielleicht auch schon ewig drin arbeitet. Ich hatte letztens ein tolles Gespräch, arbeitet jemand an seinem Startup und ich frage, wie lange schon? Er sagt zehn Jahre, habe ich gesagt, unfassbar, wie du es schaffst, so lange diese intrinsische Motivation oben zu halten und zu sagen, bald wird es, bald wird es was, bald wird es was. Also er war jetzt nicht darauf angewiesen, dass dieses Startup fliegt, hatte noch nebenher noch ein paar andere Firmen, aber da dran zu bleiben, also diese Begeisterung für etwas zu haben und daran zu glauben, dass das funktioniert, das ist auf jeden Fall eine ganz tolle Eigenschaft, die allerdings so eine kleine Nebenwirkung hat, dass wir eben nicht wissen, wo sollen wir anfangen. Deswegen ist auch so eine Reflexion von außen ganz gut und das versuche ich heute mit diesem Podcast hier zu machen, dass ich so ein paar Impulse und Anregungen geben kann. Die Antwort auf diese Frage ist eigentlich ganz einfach, sind eigentlich nur drei Worte, die da heißen, tu das Richtige. Und das musst du natürlich selber entscheiden und die Antwort auf diese Frage wieder, was ist das Richtige, ist natürlich auch wieder ein bisschen schwieriger. Aber mit tu das Richtige ist gemeint, versucht Prioritäten zu setzen und dich nicht zu verzetteln. Also ist jetzt im Moment der richtige Zeitpunkt dafür, über deine Marke bzw. über die Typografie und Farbgebung nachzudenken? Oder ist das eine Geschichte, die vielleicht viel später kommt? Ist es nicht erstmal ein guter Rat vielleicht auch zu sagen, man reduziert das Ganze jetzt und schaut, was hält mich eigentlich auf? Ich weiß zum Beispiel, dass deine Videos, Andreas, super aufwendig in der Post-Production sind. Du hast irgendwann mal in einem Podcast, in einem Interview gesagt, ich sitze jetzt bestimmt acht Stunden daran, das Ding zu schneiden. Das sind acht Stunden, die du nicht an deinem Business arbeiten kannst. Das sind acht Stunden zu viel. Ich würde diese Videos, die du ja gerne produzierst und die ich zum Beispiel auch super gerne anschaue, wirklich tolle Persönlichkeiten. Ich glaube, Detlef, die Joost jetzt letztens, also tolle Geschichten. Du machst das auch großartig. Ich würde dir raten, mach einen Podcast, nimm die Audiospuren, die du eh schon hast aus diesen ganzen Videos und launch deinen Podcast und bring jeden Tag eine Folge raus. Also du hast so viel Content, dass du jeden Tag auf Sendung gehen kannst. Und aus der Audience, die sich daraus ergibt, die mit dir interagieren wollen, kreierst du einfach weitere Formate und kommst irgendwann an den Punkt, wo du Geschäftsmodelle bauen kannst, also Produkte anbieten kannst, die für deine Audience einfach super wertvoll ist. Also an meinem Beispiel, Markenrebell-Podcast aufgebaut, natürlich über einen längeren Zeitraum. Also wie gesagt, ich habe ja alle Fehler gemacht, selber gemacht, die man machen konnte. Es gab nicht so viele Mentoren damals. Und dann habe ich gesagt, hey, dieses Wissen, was ich habe, ich mache jetzt seit über 20 Jahren Marke, seit 2015 im Podcast. Also diesen Wert an Wissen, an Erfahrungsschatz, den würde ich gerne weitergeben und habe die Personal Branding Masterclass aufgebaut, zu der ich euch übrigens gerne einlade. Wir können jetzt hier auch gleich an dieser Stelle nochmal den Werbspot einblenden, den ihr so liebt. Eine kurze Unterbrechung an dieser Stelle in eigener Sache und ich freue mich wirklich riesig, denn ab sofort kannst du dich in die Personal Branding Masterclass einschreiben. Diese Masterclass richtet sich ganz speziell an Unternehmer und Unternehmerinnen, die sich eine Eigenmarke, also eine Personal Brand aufbauen und mit einem residualen Einkommen, viele sagen auch passiven Einkommen, ihr Business skalieren wollen. Ich habe ein 9-Wochen-Programm entwickelt. In diesen 9 Wochen gehe ich jedem einzelnen Teilnehmer einmal die Woche so richtig auf die Nerven. Das heißt, es wird Einzel-Mentorings mit mir geben. Wir werden Live-Webinare zum Thema Podcasting haben beispielsweise. Wir werden Arbeitsunterlagen und Checklisten haben, Ratgeber als E-Books. Es wird eine VIP-Facebook-Gruppe geben. Es gibt ein oder mehrere Masterclass-Online-Meetings. Bei mir ist einfach wichtig, dass die Leute, die in der Masterclass drin sind, quasi eine Peergroup bilden und dass ihr euch untereinander helfen könnt. Das ist extrem wichtig für uns Unternehmer, dass wir so eine Gemeinschaft haben, in der wir wachsen können. Wenn euch das Thema interessiert, geht bitte ins Internet unter markenrebell.de slash personal minus branding minus Masterclass. Den Link findet ihr natürlich auch wie gewohnt in den Show Notes zu dieser Podcast-Folge. Und jetzt geht es weiter hier. Viel Spaß. Aber zurück zum Wesentlichen. Ich meine damit, mit Tu das Richtige, sich wirklich zu reduzieren und zu konzentrieren. Fahr am besten eine White-Label-Strategie. Löst dich von dieser Frage, wie sieht das Logo aus? Brauche ich ein Bildzeichen? Welche Typografie oder Farbgebung? White-Label heißt, du reduzierst alles auf das Wesentliche. Stell dir eine Website vor, weißer Hintergrund, schwarze Schrift, Areal. Also absoluter Standard. Links oben steht dein Name, dann kommt dein Content. Nehmen wir an, du machst das mit dem Podcast. Dann hast du vielleicht ein nettes Bild, was keinen Aufwand dieser Welt braucht, um das zu bearbeiten. Darunter den Player von deinem Hoster, da wo du deinen Podcast gehostet hast. Und dann schreibst du unten noch den Text, den du wahrscheinlich eh schon hast. Und dann bist du fertig mit dieser ganzen Geschichte und erfreust die Leute an diesen wertvollen Beiträgen, die du über Jahre gesammelt hast. Und damit hast du eine ganz einfache Website in einem Blog-Format. Also die Shownotes können ja kommentiert werden. Also ist ja im Grunde wie ein Blog, Funktionalität wie ein Blog. Du hast die Texte drin, ist also suchmaschinenrelevant. Und hast natürlich die Möglichkeit, mit einem eigenen Podcast diese Welle mitzunehmen, um vor allen Dingen dich als Brand zu positionieren. Und dann zu sagen, liebe Audience, wenn euch dieser Inhalt gefällt, ich biete übrigens auch meine Beratung an. Ich habe hier einen Online-Kurs. Ich habe eine Masterclass. Und so weiter und so fort. Also ich würde meine Zeit dort investieren zu sagen, wie kann ich Geld verdienen und das müssen wir verdienen, damit ich diesen wertvollen Podcast, der ja für jeden Hörer, jede Hörerin kostenlos ist, dass ich den weiter betreiben kann. Also ich glaube auch jedem Hörer, jeder Hörerin ist hier klar, dass ich jetzt persönlich auch Geld verdienen muss, damit ich das hier machen kann mit dem Podcast. Das kann nur eine Win-Win-Situation sein. Und das muss man auch ehrlich kommunizieren dürfen. Dass man sagt, hey, na klar, ich muss ein Business aufbauen, damit ich wieder reinvestieren kann. Wenn ich hier jeden Tag auf Sendung gehen will, dann brauche ich einfach ein Team, das mir hilft, einfach das hier zu produzieren. Sonst bringt das nichts. Sonst gibt es eine Folge im Monat und dann ist das auch nicht besonders toll für die Community. Also vielleicht die Geschichte vom alten Unternehmertum längst vergangener Zeit. Heute ist das ja so ein bisschen negativ behaftet. Aber nehmen wir mal so eine kleine, illustre Dorfgemeinschaft und irgendwie stellt sich heraus, dass der, wie nennen wir ihn, dass der Andreas im Dorf besonders gut Stahl schmieden kann. Und die Dorfbewohner reden auf den Andreas ein und sagen, hey Andreas, kannst du nicht deine Fähigkeiten, deine Talente, dein Know-how irgendwie für uns einsetzen? Wir bräuchten ein paar Werkzeuge, um auf dem Feld mit einem Flug, vielleicht so ein ganz moderner Flug und unserem Ochsen, der davor gespannt ist, einfach unsere Felder machen. Und das macht der Andreas natürlich, weil er sagt, hey, das kann ich, also mache ich das. Und die Leute sind total begeistert, weil diese Werkzeuge so mega gut funktionieren und geben ihm sogar mehr Geld, damit er bessere Werkzeuge bauen kann. Das ist Unternehmertum. Ich baue ein Unternehmen, um für die Gemeinschaft Nutzen anzubieten, Wert zu stiften und die Gemeinschaft versteht, okay, wenn wir dieser Person Geld geben, wenn wir dieser Marke, diesem Unternehmen Geld geben, dann wird das noch besser, was da produziert wird. Und jeder will ja noch besser. Vielleicht ist der Andreas irgendwann mal derjenige, der den Traktor zusammenschraubt, weil er sagt, du mit dem Flug kannst ja auch nur so ein halbes Feld am Tag machen. Nimm doch den Traktor, machst ein Ganzes. Aber da braucht er halt Kohle für. Und deswegen ist das Geschäftsmodell dahinter so extrem wichtig. Es geht nicht darum, nur einen Podcast zu machen, einen Videochannel oder einen Blog zu betreiben, sondern das ist unser Mittel, um einfach zu sagen, hey, schaut her, das sind die Erfahrungen, das ist das Wissen, was ich gesammelt habe im Laufe meiner beruflichen Karriere oder Laufbahn und das biete ich dir an. Und wenn du autodidaktisch damit selbst eine Marke aufbauen kannst, hey, herzlichen Glückwunsch, mega cool. Das wünsche ich jedem von euch, dass er mit diesem Inhalt, den ich hier seit über 700 Folgen raushaue, dass er damit vielleicht selber eine Marke aufbauen kann. Und das ist möglich. Man kann das autodidaktisch natürlich machen. Es dauert halt ein bisschen länger. Und ich kann halt mit einem Mentor viel schneller agieren und die Performance viel schneller auf die Straße bringen. Und diese Win-Wit-Situation führt einfach dazu, zu sagen, okay, ich baue jetzt das am Geschäftsmodell. Ich arbeite also am Unternehmen. Wenn ich acht Stunden ein Video cutte, dann arbeite ich im Unternehmen. Dann bin ich die Fachkraft. Ich muss aber Unternehmer oder Unternehmerin werden. Ich muss also am Unternehmen arbeiten. Ich bin also als Satellit außerhalb des Unternehmens und schaue so aus sechs Kilometer Höhe auf das Unternehmen und sage, okay, wo sind die Potenziale zum Wachsen? Und die Potenziale zum Wachsen sind, ich entwickle Produkte, ich entwickle Geschäftsmodelle, ich gehe Kooperationen ein. Wenn ich es schaffe, in diesen kreativen Modus zu kommen, um mit anderen Menschen in Kooperation etwas Neues zu erschaffen, eine Wertschöpfungskette zu ergänzen, dann bin ich genau in dem richtigen State unterwegs. Okay, dann bin ich Unternehmerin, Unternehmer. Ansonsten bin ich Fachkraft und sitze Nacht für Nacht und schneide meine Videobeiträge oder mache die Post-Production für meine Podcasts. Lieber Andreas, werde zur Marke. Schick mir deine nächsten Fragen. Wir machen jetzt hier eine kleine Serie draus. Nein, mir ist es wirklich wichtig zu verstehen, dass wenn wir selbst zur Marke werden wollen, müssen wir in die Sichtbarkeit und nicht andere. Also dann stelle ich auch niemanden vor mich, auch wenn das noch so eine Koryphäe ist. Ich selbst muss die Marke werden. Ich muss in den Social-Media-Kanälen selbst der Vater des Gedanken sein. Und der Andreas weiß jetzt genau, was ich sage. Das hoffe ich zumindest. Genau, also selbst zur Marke werden bedeutet, selbst vorn zu stehen. Und das ist einfach ein so wichtiges Momentum, dass ich das auch in diesem Selbstvertrauen und in dieser Selbstliebe schaffe, weil mich das zu meinem Glück führt, weil das einfach das ist, was ich gern tue. Das ist das, was ich machen möchte. Das ist das, was ich liebe. Und nur wenn ich das liebe und wenn ich mich liebe und das annehmen kann, dass ich so viel Wissen angeeignet habe und dass ich diese Angst loslassen kann, zu sagen, da gibt es bestimmt noch einen, der noch besser ist als ich. Die Leute wollen es im Zweifel von dir als Menschen, als Persönlichkeit lernen. Die wollen es von dir haben, weil sie dich mögen, weil sie deine Stimme mögen, weil sie dein Engagement lieben. Warum auch immer, ist völlig egal. Aber es geht um deine Persönlichkeit. Und das ist das Tolle am Personal Branding. Ein Teil deiner Alleinstellung bist du selbst. Und du bist einzigartig und ganz individuell in deiner ganzen Persönlichkeit, in deinem ganzen Wirken, mit deinen ganzen Talenten, Fähigkeiten, Kenntnissen. In dieser Kombination bist du einmalig auf diesem Planeten und in diesem Universum. Also eine größere Alleinstellung können wir gar nicht haben. Und wenn die unternehmerische Alleinstellung, also wenn ein Teil der unternehmerischen Alleinstellung du als Persönlichkeit bist, hast du doch schon 100 Punkte. Deswegen ist Personal Branding ja schon so krass spannend als Strategie. Weil die Leute, wenn die dich sympathisch finden, werden dir folgen. Und sie werden dir vertrauen. Es braucht halt einfach Zeit. Das ist aber völlig normal. Und wenn ich das Vertrauen aufgebaut habe und dann ein tolles Produkt habe, von dem ich begeistert bin, dann werden die Leute es kaufen. Und wenn die Leute es kaufen und damit erfolgreich sind, wenn sie wirklich den Wert erkennen, dann kann da nichts mehr passieren. Das ist ja ein Domino-Effekt. Wunderbar. Also, tu das Richtige. Tu das Richtige, triff die richtigen Entscheidungen und nimm die Fragen, die dich tagtäglich quälen, Schriftart, Farbigkeit und so weiter, einfach raus und mach ein White Label. Also es ist wirklich auch ein sehr erholsames Kreativsein, indem du alles das weglässt, was dich belastet und aufhält. Es ist nichts wichtiger, als zu sagen, wer du bist, was du anbieten kannst und den Leuten Zugang zu deinen Erfahrungen, zu deinem Wissen zu geben. Alles andere wird folgen. Ich hoffe, Andreas, dass ich diese kleine Intervention gut genutzt habe, um dir so ein paar Impulse zu geben in die richtige Richtung, damit du das Richtige tun kannst. Okay. Ja, ich würde sagen, wir lassen das einfach so stehen. Vielen Dank, Andreas, für deine Frage. Ich finde es sehr, sehr cool, auch sehr, sehr mutig. Und Leute hier da draußen, die ihr da gerade zuhört, schaut auf seiner Website vorbei. Schaut auf seinem YouTube-Channel. Es sind wirklich mega coole Interviews, die er führt. Er hat tolle Gäste und feiert ihn. Gebt ihm eure Likes, damit er weiß, dass er das Richtige bereits tut. In diesem Sinne nur das Beste für euch und bis bald. Ciao.